Telematch Die beiden deutschen Macher waren gut, wenn sie auch, ich glaube der eine war ein ziemlicher Ballerspielfeind, der alle Ballerspiele verrissen hat, aber die haben die Spiele ordentlich besprochen und zum anderen haben die Konten aus Amerika genommen, nämlich aus der Electronic Games und die Electronic Games war ein sehr ordentliches Heft und ich denke mal 30% der Inhalte, gerade die Reportagen und die aktuellen Sachen kamen aus den Staaten, auch so Sachen wie über Dragon's Lair oder über den Dronn-Film, solche Geschichten, und getestet wurde aber in Deutschland und die Mischung ging auf, also legendäres Magazin, heute sehr teuer, ich habe die ersten Hefte gekauft, erst ganz klein, aber fangen wir mal zurück. Ich wollte gerade einwerfen, was ist Telematch? Telematch ist das, was der Schüler Lenhardt mit Begeisterung sich gekauft und von vorne bis hinten gelesen hat, also gerade die Erstausgabe oder was das ist von der Telematch, die jetzt auf Kultpower Online ist, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil das war wirklich ein Heft, das hat man so zehnmal von vorne bis hinten gelesen, weil es war damals halt so unglaublich schwierig, irgendwelche Informationen zu kriegen, damals kein Internet und so weiter und so fort und keiner hat darüber geschrieben und das war echt so der heilige Gral, der, der, glaube ich, eine ganze Generation angefeuert hat und inspiriert hat. Und war guter Journalismus auch, also. Wo sind die Leute denn eigentlich heute hin? Ich kann mich nicht dran erinnern, jemand mal kennengelernt zu haben auf einer Branchenveranstaltung, der bei der Telematch gearbeitet hat. Also Telematch gab es vor Branchenveranstaltungen, muss man vielleicht sagen. Langsame vorher. Nummer eins ist erschienen im Dezember, Januar 1983. Ah, da war ich 14. Und so viel später kamen die Happy Computer mit dem Spieleteil auch nicht raus. Oh, doch drei, vier Jahre, oder? Komm mal nur zurück, ich hab, äh, nein, 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 wir hatten die 64er, äh, kam raus, dann Anfang 1984, da hab ich dann Mitte 84 mein berühmtes Programm drin gehabt und da hab ich schon einen gewissen Herrn Lehnert kennengelernt, der schon Spiele testete für die Happy Computer. Also das war schon ein Thema, also die waren drei, vier Jahre. Aber ein ganzes Heft über, ein ganzes Heft über Computer und vor allem, was ich meinte, über Videospiele. Es ist richtig, dass Markt und Technik angefangen hat, ich hatte schon der Computer persönlich eine Seite mit Spielen drin, dann habt ihr damit angefangen. Aber wir haben hier ein Heft, dass den gesamten Atari-Sektor, der ja damals wirklich groß war, das war ja nicht nur Nerds, sondern das waren Nerds und die normalen Wohnzimmer. Also das war halt die Ausnahmestellung. Computerspiel-Tests, hast du recht, gingen fast gleichzeitig los, aber quantitativ war das wesentlich geringer. Auf jeden Fall ist das Telematch, also wer jetzt im Podcast immer noch nicht auf die Webseite gegangen ist, sich anzugucken, unbedingt machen. Es ist halt ein wahnsinniger Blick in die 80er Jahre und alles, was an den 80er Jahren wirklich bitte nicht wiederkommen soll. Zum Beispiel hatte auch da die Telematch auch göttliche Anzeigen, die, glaube ich, dann in Happy Computer nicht kamen, weil die entsprechenden Produkte dann gar nicht mehr auf dem deutschen Markt waren. Also alleine Seite 2, also die U2, die Umschlagsinnenseite, ist eine wunderbare Intellivision-Werbung, wo man also verzweifelt versucht, sich hier gegenüber dem Atari VCS abzugrenzen, indem man ganz sophisticated und anspruchsvoll ist. Und die Kunden sieht, wann haben sie das letzte Mal mit ihrer Frau gespielt. So hat man Anfang 83 versucht, eine Videospielkonsole zu verkaufen. Nicht schlecht. Viel besser ist abwechslungsreich. Bei Intellivision können sie ihr Raumschiff in sämtliche Richtungen schicken. Es kann schneller und langsamer fliegen. Es kann aus günstigen und ungünstigen Positionen schießen und beschossen werden. Es ist doch herrlich, oder? Das waren noch Spiele. Das kannst du nicht besser erfinden. Cool. Jetzt werden sich einige vielleicht fragen, was haben die denn heute mit der Telematch? Also zum einen bringt das also auch für die Veteranen schöne Jugenderinnerungen zurück. Zum anderen haben wir gemerkt, dass die Powerplay vor 20 Jahren gewisse sommerlochige Symptome hatte. Also da waren nicht wirklich dolle Spieletests oder irgendwas drin. Redest du von der 7 oder von der 6? Von der 7, ja. Also ich dachte ganz kurz die 7 und dann können wir erklären, warum wir über die 7 nicht viel reden. Dann können wir nochmal kurz zur 6 gehen. Aber die 7 hatte auch, das war das Kingsoft-Haga-Spiel als Titelthema, richtig? Ja, das war bitter genug. Also Exile, da brauchst du viel Geduld für. Ich hatte mich da vor einem halben Jahr oder sowas mal, dreiviertel Jahr mal kurz drangesetzt, weil es gibt da irgendwie ein PC-Remake. Und dann hatte ich zufälligerweise hier vom englischen Retro-Magazin, die hatten einen Bericht darüber und die hatten die Karte. Und die habe ich gesehen, habe ich gesagt, nee Kinder, ich bin zu alt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, das kriege ich nicht mehr von der Verrentung durchgespielt. Also es ist ein riesiges Exile, riesiges Raumschiff, Antrieb kaputt oder irgendwas. Und man ist auf dieser riesigen Spielwelt, zweidimensionaler Scroller, muss Puzzles lösen, wird andauernd beschossen von allen Seiten. Also auch echt knackiger Schwierigkeitsgrad und kann ich jetzt nicht so spontan empfehlen. Aber es war sowohl das relative Test-Highlight, zumindest bei den Computerspiele-Sachen. Ansonsten gab es vielleicht noch die Wing Commander Mission Disc 2, aber so viel mehr war in der, was war das, in der 791 auch nicht los. Und was war an der 6 so toll? Nicht so toll, es war ein Space Quest mit drin. Und zwar war das, ich suche es gerade noch, der Space Quest 4, was ich noch ein wirklich sehr schönes und sehr rundes Adventure fand. Michael Hengst meint, geht so, war nicht mehr so angetan, aber da waren einfach viele charmante Zitate nochmal mit drin und spielte sich auch nicht so übel, meine Meinung. Bis heute sind wir, also wir Pauli, berüchtigt dafür, dass wir Sierra vollkommen ignoriert haben und runtergewertet haben, während LucasArts bei uns immer Höchstwertung eingefahren hat. Die LucasArts-Sachen waren erheblich besser, dramatisch besser als die Sierra-Sachen. Den möchte ich jetzt nicht namentlich erwähnen, aber jemanden, mit dem ich zum ersten Mal zusammensaß und der hat witzigerweise auch über Space Quest 4 gesprochen. Und ich konnte mich genau erinnern, das war ja glaube ich das erste multimediale Space Quest, also von der Ausstattung. Ich glaube, das kam auf 38 Disketten zu uns, CDs gab es damals ja noch nicht. Und wie streng wir das angefasst haben. Also ich glaube, der Tenor war halt, dass es audiovisuell fantastisch ist, aber halt inhaltlich nicht mit. Der Mann aber, mit dem ich da am Montag zusammensaß, der hat sich zum Beispiel erinnert, also ich stimme generell dem auch zu, also ich finde LucasArts-Spiele auch in der Zeit viel besser als die Sierra-Sachen. Aber lustig zum Beispiel, in diesem Spiel konntest du erstmalig, glaube ich, riechen und schmecken mit Space Quest 4. Hat aber, daran erinnert er sich, der Mann hat aber überhaupt keine Bedeutung für das Spiel gehabt. Das heißt, es hat ja nie was gebracht und der hat sich darüber amüsiert, das ist eine schon andere Art von Humor, als wir sie haben. Nein, 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 das war doch nichts Neues. Das war doch, welches Infocom-Spiel hat denn das Tretchen? Leather Goddesses of Phobos. Also, alles schon mal da gewesen. Ah ja, der auf jeden Fall war er höchst amüsiert bei der Vorstellung, dass dann Spiele halt an allem schnüffelnd und schleckend so durch das Abenteuer gezogen sind. Du konntest das auch an, glaube ich, an Leichenteilen irgendwie schlecken und so. Also, vielleicht einfach ein Humor, der uns nicht so ganz erreicht hat. Ja, aber es waren schon großartige Sachen drin. Also, Quest for Disk Space und die ganzen Sachen, die sie nochmal quer durch den Kakao gezogen haben. Oder It Came for Desert oder Checkerboard Construction Kit. Die haben einfach, mir hat es einfach Spaß gemacht. Was war denn die Wertung? Hoher 60er wahrscheinlich noch. Die Wertung war gar nicht so hoch, 76. Okay. Ja, kann ich mit leben. Ich habe trotzdem Spaß dran gehabt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.